hallo und herzlich willkommen zu diesem video heute wieder eine review und zwar zu 24 hours to life und los geht's an dem intro viel spaß ja heute geht es hier um ein actionfilm und zwar 24 hours to life film mit even hawk in der hauptrolle erscheint am 11 5 auf blu-ray und dvd und ja ich habe mir die film angeguckt und wie gesagt kommt mir mal kurz zu der story reißen man das ganze mal an wie ich den film die was in diesem film passiert ist nicht wichtig fand das kommt danach ja wir haben hier even hawk ja eben hier einen alten elite soldaten der als söldner gearbeitet hat ist aber zu am boden zerstört bei seinen sohn und seine frau ums legen gekommen sind ja seine alte söldner firma wo er gearbeitet hat spricht jedoch mal an er soll noch einen einzigen auftrag ausführen also sein freund sozusagen dort spricht ihn an und er willigt ein bisschen widerwillen ein macht das wird dabei aber sage ich jetzt mal kleiner spoiler aber das passiert gleich zum anfang getötet ja wartet aber wieder auf weil seine red mountain so hieß die söldnerfirma wo er gearbeitet hat so ein geheimes experiment hatte wo sie oder gemacht hat und so eine methode entwickelt haben wo sie tote wieder zurückholen können für 24 stunden darum heißt der film so da wollte ich das jetzt erzählen wollte darauf eingehen und ja er fühlt sich aber bedrohung und so weiter ich will jetzt gar nicht mehr darauf einsetzen schwört auf rache und will halt red mountain zerstören ja das ist so die story und ja was soll ich sagen was ist positiv an diesem film wir haben even hawk typisch gut hört er ist jetzt ist ja wirklich ein schlechter schauspieler wir haben es ist aber bewusst aufs grund im grunde dem ist es ein gewöhnlicher actionfilm wir haben hier actionfilm der auch wirklich inszeniert ist von von dem von zum stand koordinator glaube ich der hat vorher nur so stanz koordiniert oder so jetzt ist es glaube ich sein erster richtiger film wenn ich das richtig informiert wird aber wie gesagt wir haben hier wirklich film das merkt man auch der wirklich schöne action zähler wir haben hier schöne harte action die wirklich auch sehr gut gefilmt ist und das macht dieser film sehr gut wir haben natürlich paar billige effekte das muss sich vorstellen das ist ein ganz normaler ich glaube der kam auch gar nicht im kino und ja von daher wirklich sehr guter actionfilm muss man sagen der zählt schon zu den besten er ist handwerklich gut gemacht die story ist natürlich jetzt ist man ein bisschen was anderes sage ich mal nicht diese 08 15 story ist doch ein bisschen leicht anders durch diese 24 stunden so ein bisschen erinnert so ein bisschen an crank aber wie gesagt so an sich ein sehr solider actionfilm ja negativ muss man jetzt sagen ja er hat halt wirklich nur die action wir haben eine daher ein bisschen banale story paar effekte sehen jetzt auch nicht ganz so gut aus aber im großen und ganzen wenn man sich seichten actionfilm gucken will ist man hier an der richtigen stelle wir haben wir haben wir haben sie auch wortke hauer einer kurzen nebenrolle ja wie sagt alles wie sagt das ding ist wirklich handwerklich gut gemacht kriegt von mir hier eine drei von fünf ja ist wie sagt nichts besonderes macht aber auch nicht viel verkehrt wie gesagt für sonntagnachmittag kann man sich die wirklich mal angucken ist das wirklich wie sagt wer werde normale action schöne harte action sehen will ist hier an der richtigen stelle ich glaube dass so ist das ganz gut ausgedrückt so kann aber diesen film beschreiben und wer will ich auch gar nicht dazu sagen wie gesagt diese soll es auch gewesen sein viele zuschauen und das ist mein nächstes video bis dann job und und